Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh In diesem Video lernen wir die Ayat Die erste Ayah ist leicht Bei kuwerat achten wir darauf, dass das ra dunkel ist Und dass wir am Ende der Ayah einen Hems, einen Luftfluss haben Kuwerat Zur Erinnerung, wir sprechen den Hems nicht mit Sin aus am Ende Wir sagen nicht kuwerat, et, dieses Sin am Ende müssen wir vermeiden Sondern wir sprechen das so aus Kuwerat Kuwerat Iza's Shamsu kuwerat Iza's Shamsu kuwerat Nun lese ich die Ayah dreimal vor Und du liest nach jedem Mal nach Iza's Shamsu kuwerat 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 Jetzt mit mir gemeinsam dreimal Iza's Shamsu kuwerat Iza's Shamsu kuwerat Iza's Shamsu kuwerat Iza's Shamsu kuwerat Ist leicht Ist leicht Wir haben ein Ikhfa Inka Inka Und ein helles Dal Gefolgt von einem dunklen Ra Kadarat 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 In kadarat Wa izan nujumun kadarat Wa izan nujumun kadarat Ich lese vor und du liest nach Gemeinsam Wa izan nujumun kadarat Wa izan nujumun kadarat Wa izan nujumun kadarat Wa izan nujumun kadarat Wa izan jibalu Wichtig ist hier, dass wir bei Jibal das Lahm aussprechen Wa izan nujumun kadarat Wa izan nujumun kadarat Eine Shadda Helles Sin Und dann ne Shadda Bamiya Suji Suji Und dann ein dunkles Ra Sujiirat Sujiirat Wa izan nujumun kadarat Wa izan nujumun kadarat Ich lese vor und du liest nach Wa izan nujumun kadarat Wa izan nujumun kadarat Mit mir gemeinsam. Und dann sprechen wir das Ta mit Hams aus. Ich lese vor und du liest nach. Die Mainzern. Lasst uns nun zum Abschluss noch einmal diese vier Ayat gemeinsam im Chor dreimal rezitieren. Auf geht's. Ich lese vor und du siehst. 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 Ich lese vor. Ich lese vor und du siehst. 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 Ich multi- tummy s.